Musik Ja, ein ganz herzliches Willkommen hier in Wackersdorf auf dem ProCard Raceland. Willkommen in Deutschland zur größten deutschen Kartenveranstaltung, die wir in den letzten Jahren hier hatten. Willkommen zur CEK FIA Kart Europameisterschaft in den Klassen KZ1, KZ2 und KF2. Eine hübsche, bezaubernde Frau arbeitet an einem Karten. Ich habe sie irgendwann mal gefragt, arbeiten sie eigentlich nur mit Hand? Zweimal schnellster, also was willst du mehr? Und wenn man so einen netten Hintergrund hat, das motiviert. Richtig. Richtig, okay, danke. Unheimlich sympathischen jungen Piloten aus Österreich, David Detmers, 52,8. Wir haben vorhin von der VERA gehört, 52,8. Das ist schon eine tolle Zeit. Also, nachher im Rennen genauso. Ich drücke dir die Daumen, Paul Tobias, alles Gute. Wir haben einen guten Lehrmeister, genau. Fahrt im Team, im KSM Racing Team. Liegt an dem Wetter. Vera, ich drücke dir die Daumen, alles Gute, viel Erfolg und jagt die Jungs richtig über die Strecke. Kart bleibt Kart, Kart bleibt Kart, das ist ein weises Wort, gut ausgesprochen. Lukas, wir drücken dir die Daumen, viel Erfolg und viel Spaß. Also, vom elften Startplatz aus oder von der elften Zeit her raus, dann auch einzufahren. Michele, Kompliment, super Leistung. Ich drücke dir die Daumen, drei Zehntel schneller, wie alle anderen Fahrer. Okay, ja, danke, kurz und knapp. Dankeschön. Vielen Dank.